Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um ein DIY-Tutorial. Und was für eins, das kommt nach dem Intro. Ganz kurz vorweg, wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich hinterher über einen Daumen hoch. Damit unterstützt du mich sehr. Und wenn du mehr Tutorials sehen willst und keins verpassen, wenn ein neues Online kommt, dann abonniere den Kanal über die Glocke. So, jetzt zum DIY. Es soll heute um ein selbstgemachtes Polaroid gehen. Also ich habe aus einem alten Versandkarton, den ich übrig hatte, mir schon eine Schablone zugeschnitten. Dafür habe ich an den Seitenrändern ein Zentimeter abgestanden gelassen und ein zweieinhalb, damit man auch einen schönen Pola-Look hat. Dann habe ich nochmal alte Filzreste rausgekramt. Das ebenfalls zugeschnitten, damit ihr nicht zugucken müsst, wenn ich jetzt hier rumschnippe. Kinderfreundlich ist es, wenn man anstelle Filz dieses Gummi, Bastelgummi, wie nennt man das? Ihr wisst schon, nehmt, nehmt, weil es viel, viel einfacher zu schneiden geht und kinderfreundlicher ist zum Basteln auf jeden Fall. Das habe ich also heute ausschließlich Upcycling bei mir und dann habe ich natürlich hier ein Foto, das ich entweder hier dazwischen oder dahinter peppen will. Und dann hat man quasi ein Pola selbst gemacht. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus dann. Und unten könnte man das dann noch verzieren mit einer Schrift mit anderer Filzfarbe zum Beispiel, dass man da Buchstaben drauf macht oder was draufschreibt mit einem passenden Stift. Wir brauchen dazu noch einen Kleber. Ich bin ja schon fertig, aber ihr bräuchtet ein Geodreieck, natürlich Pappe und Filz, Bleistift und Schere. Genau. Ich werde das jetzt hier einmal direkt draufkleben. Ich denke, ich mache das nicht hinten dran, sondern das Foto da dazwischen. Dann mache ich da einfach mal ein ganz kleines bisschen. Klebe dran. Ich habe hier Universalbastelkleber, also auch nichts Besonderes. Der soll relativ schnell trocknen und auf den meisten Materialien halten. Hoffen wir meistens so. Nicht, dass es dann auf dem Filz nicht hält. So, ich packe das hier jetzt mal einmal drauf. Ah, vielleicht als kleinen Tipp. Ich habe für die Schablone das Bild umrandet und bin dann nochmal einen halben Zentimeter nach innen gegangen, damit ich das auch schön draufkleben kann. Sonst bringt mir das ja nichts. Dann habe ich nichts zum Kleben und das Bild hängt da irgendwie. Also da habe ich mir hier einen halben Zentimeter Luftverschaft zum Kleben. Und jetzt würde ich schlicht und ergreifend hier einfach mal den Rest drüber kleben. Und das sieht viel geil aus mit dem Kram. Et voilà. Man kann es bestimmt noch ein bisschen fester, besser festkleben. Aber das wäre es. Was man jetzt noch machen kann, ist, man könnte sich so selbstklebende Magnetstreifen besorgen. Die gibt es in ganz, ganz flach. Die kann man hinten drauf peppen und kann das dann so verschenken, damit man das an den Kühlschrank kleben kann. Das finde ich eine ganz coole Idee. Und ich habe solche Teile in der Küche tatsächlich mit, es gibt solche Lichterkettchen mit Klemmerchen und habe die dann da einfach dran geklammert. Sieht auch sehr, sehr cool aus, gerade zu Weihnachten auch. Und da macht man einfach ein paar von, mit einer dezenten Farbe oder vielleicht auch mit Grün, Gold, Filz, beziehungsweise auch diesem Filz, ne Filzgummi, ne. Moosgummi, jetzt! Ach, der Groschen ist gefallen. Moosgummi. Genau, gerade wenn man auch mit Kindern bastelt, ist Moosgummi, wie gesagt, besser. Und dann hätte man sein DIY-Geschenk. Vielleicht ist es ja eine coole Idee jetzt auch für Weihnachten für euch, mal ein kleines Geschenk selber machen. Es muss nicht immer was Großes sein. Und ja, ich finde die Idee cool. Mir gefällt es, ehrlich gesagt, auch ziemlich. Vielleicht sieht man es so besser. Was sind die Farben her? Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und denkt an den Daumen hoch und so. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Shetty. Tschüssi. 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 Tschüssi.